Yo, hallo und herzlich willkommen hier da draußen. Wir spielen gerade eine Runde Rage Mode mit den Sagenumwogen-Lizplayern, wie zum Beispiel den Lyscario. Hallöchen. Und den lieben, na, wie haben wir den? Multidoodle-Sack. Ich hab den Start verpasst, verdammte Axt. Hab ich gerade Heil gesagt oder hab ich Hallo gesagt? Ich wurde schon getötet. Nein. Oh Gott, Alter, ich hab gerade Heil gesagt. Du warst Heil oder Heil? Heil gesagt mit L. Heil, Alter. Warum spielst du dich mit meinem Nachnamen an? Ups. Was, eure Heiligkeit? Was? Nein, ich hab eigentlich Heil gesagt und irgendwie ist Heil rausgekommen. Ja, ist doch nicht schlimm. Na, höh bloß nicht. Hä? Ich find's nicht schlimm, ich mein... Warum stirbt der nicht? Ich hab den dreimal mit der Schei-Schere angehauen. Was ist denn das für eine Pussy, Alter? Was geht ab, Mann? Boah, sorry, jetzt reh ich mich richtig auf. Ich hab den so oft mit der Schere gerade gesniped, das geht gar nicht. Hä? Hab ich gerade einen Skype-Geräusch gehört? Bei mir nicht, nee. Was ist? Ach, ja doch, hab ich. Ich wurde gerade irgendwie angerufen. Hm, keine Ahnung. Kann das sein, dass das die Map aus Modern Warfare 2 ist? Ja. Kann sein. Ich weiß es nicht. Alter, was ist denn das für eine Rotze? Alter, was ist das denn für eine Rotze? Sag mal, bei Windows 8.1, ey, ich hab dich getötet. Bei Windows 8.1, ey, ich hab den getötet. Bei Windows 8.1 kann man irgendwie bei Skype sich nicht auf beschäftigt stellen, sondern nur auf Offline-Anzeigen oder verfügbar? Ich hab keine Ahnung, wieso. Wer beschäftigt, doch klar, Joe. Kannst du doch. Also bei mir nicht. Bei mir gibt's nur Offline-Anzeigen oder versiegbar. Echt? Ja, ohne Witz. Ohne Witz. Hey, Trison bringt genau die gleichen Sprüche wie du. Wer ist Trison? Na, der eine Typ ist immer offen, ne? Okay. Ach, leck mich doch, Alter. Ich hab dich doch genauso oft getroffen, du dämlicher Hund. Ah, ist ein Schweizer. Der bringt auch die gleichen Sachen wie du. Aber ich krieg keinen Schweizer. Aha. Wow. Komm her, da, Mutti, du sagst. Brise, Brise, Alter. Er versuchst die ganze Zeit und schafft es nicht. Das kenne ich, aber ich schmier es noch zum Kotzen. Ich hasse es. Oh, nee. Ich hab meine Axt dafür verbraucht, gerade. Alter, wollt ihr mich verarschen? Fuck, Mann, Moodle-Noodle-Dings. Kann doch mal nicht wahr sein. Hä? Ich wurde gerade getötet, ohne dass es eine Animation gab. Ich war einfach tot. Ja, ne? Echt? Du bist ohne Animation gestorben? Haben wir sogar einen Liscario hier, der nur mit Animation sterben darf, oder was? Alter, willst du mich verarschen? Alter, was für ein Leck. Wie ich ihn gezogen hab. Ich bin die ganze Zeit hinter dir, Moodle-Moodle. Moodle-Noodle? Warum hast du mich jetzt schon wieder gekriegt, du kleine Pussy? Ich hab die ganze Zeit auf dich draufgehauen. Das ist doch nicht wahr. Hast du nicht, wie du bist hinter mir hergehoppelt? Ihr seid so ein Hacker. Hacker. Mann, ich wollte dich gerade töten. Wolltest du nicht? Wolltest du... Ach, leck mich doch! Mh! Ich hasse dieses Spiel. Wie kann man denn dieses Spiel spielen? Du meinst, es ist ein Spiel, Moodle. Fuck. Ach, lass mich doch jetzt in Ruhe. Alles ehrlich, deine Sprüche helfen mir jetzt auch nicht weiter. Will der mich verarschen? Ich hab mich gerade selbst in die Luft gejagt. Bin ich denn bescheuert? Schnauze. Ich seh gar nicht mehr, wo hier einer was schief. Ich auch nicht, das ist ja das. Ach, leck mich doch. Was für eine Pussy. Leck mich doch am Zügel. Was für eine Pussy auf meine Bomben. Oh Mann, das wird durch ihn angeschrieben, das ist uncool. Find ich nicht. Ich schon. Schrei! Wie hat er das gemacht? Ich hab den mal Z-Ball. Der hat mich einfach durch die Mauer abgeschossen, ist das sein Ernst? War wahrscheinlich sein Ernst gewesen. War wahrscheinlich sein Ernst gewesen. Du kannst wohl kein Deutsch. Sagt der Österreicher. Das wollte ich gerade sagen, Alter. Entschuldigung. Ich bin Professor, Doktor, Magister, Bachelor. P-Pet. Ey, was ist denn das, Alter? Vier Pfeile auf den Penner geschossen. Und was macht der? Leben? Ja! Du bist der Beste so. Was macht der echt so Leben? Ja! Einfach so richtig, du bleibst sogar noch Ernst dabei. Ich versteh's nicht. Na, weil ich es ernst meine. Ach, Lissi! Nee, geh weg. Das warst du. Ich? Ich hab dich nicht getötet. Nein! Du hast dich getötet. Ich hab dich nicht getötet. Laut Vertrag darfst du mich nicht töten. Welcher Vertrag, Alter? Warum, Multi? Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hab ihn hinter dir versucht, auf die Ferne zu treffen. Ja, ja, ja. Ich hab dich gar nicht fokussiert. Ja, ja. Doch, wirklich. In meinen Träumen war das so. Ja. Bist du, in seinen Träumen war das so. In meinen bräunen Träumen. So. Alter, das war doch mein Kill. Ja. Mann, von hinten? Scheiß Spawner. Spawn-Killer, Alter. Kann doch mal nicht wahr sein. Spawnst du, musst mich gleich von hinten Pussy-Mode machen hier, oder was? Nein. Doodle-Sack. Doodle-Sack. Wie er einfach so die ganze Zeit straight woanders hinguckt und dann plötzlich genau wer dich kommt, so ein bisschen links guckt. Wuhuhu. Loll. Die Seite der Map ist neu. Ach, na, endlich. Stimmt. Die gibt's doch gar nicht, oder? Ja, eben. Und warum haben wir die jetzt freigeschossen? Geil. Ich hab die unabsichtlich freigeschossen, ja? Ne, die hab ich freigeschossen. Ei. Hinter dir. Ich hab doch hinter dir die ganze Zeit Pfeile auf dich geworfen. Äh, geschossen. Wird nicht getroffen. Ich bin doch schon ewig hinter dir hergerannt. Ach, so ist das. Ja. Du bist also so ein Typ, der jedem immer unendlich lange folgt. Wie ein Hund. Schnau, halt da jetzt die Klappe. Ich wollte dich eigentlich nur töten, hab's auch nicht geschafft. Hä, ich bin besser als hier zwei, Alter, was da los? Ja. Ich bin nicht. Wegen, wegen 70 Punkte Unterschied, Alter. Krass, ich bin nicht letzter. Letzter ist der, der nicht aufgenommen hat. Multitude-Sack. So, jetzt, jetzt reicht's aber jetzt. Das war cool. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dann, und ciao. Bis dann, bis dann.